betreten verboten keine cedar kein militär das klingt doch nett das ist nicht gerade nett und damit liebe gemeinde sehen wir uns gerade wieder nachdem wir letzten mal alle mit dem helikopter entkommen sind das war überhaupt kein problem ja du hast uns alle gerettet der ist nachher wieder gekommen mit noch mehr helikopter abgeholt mit dem cargo bob so war einfach rausgeangelt auf jeden fall sind wir jetzt im sumpfieber also jetzt fragst uns aber nur wie wir in diesem zug gelandet sind ja weißt du nicht wie man mit dem hubschrauber in dem zug drin landet das gehört so kross schafft das ohne dass irgendwas brennt oder kaputt ist ja auch wenn der hubschrauber plötzlich einfach desintegriert wurde hey du tankstein kann die springen können wir die springen können wir die springen können wir die springen die ist out of gas ach schade das finde ich auch was ich habe machete hier folgen wir sehen zweite pistole das kommt wissen wohl die schleichen sich an wie die kleinen kröckungen die sie sind ich muss ein bisschen an meiner präzision arbeiten habe das gefühl dass ich nicht weiß einschleichen das sagte gut dass ich nicht weiß wie sie jetzt ein boomer unterwegs wo ist der fachsatz ich habe ich wieder das was wir nicht verstehen steht aber wenn es da ich sehe ich den verdammten hat sehen können soll haben wie du so kann ist da fahne hast du gesagt schon hin mit seinem wurde die gute alte gast wurde die pfanne mit als pistole und dvd jockey rauf unterwegs lasst mich doch mal die menschen retten wo hat der große kürze der hunter hat als müde anfall schlafen sie möchte jemand pillen haben da wir glaube ich so dass die die welt um zugeben gerade jetzt noch ins nächste haus r war auch machen richtig die die da musste ich zweimal sagen er hat mann ich wollte noch mit der braut von erhauen ich weiß noch mal pillen 2 der pistole 2 der pistole jetzt will es mich wohl eine rohrbombe ich bin gespannt die ketten sehen vor wenn es war ich jetzt noch ein lager von wir beide können schön gemütliche kochen er darfst du noch stehen ich habe glaube ich hätte mir nach hauptsache ballert noch mal weiße die gerät von hier aufwärts gefizit hier kochen von buddies hier gibt es schrotze ist ein automatischer oder gibt es auch dabei hallo oder kommt die horde jetzt hier oben ist noch ein defi das könnte nützlich sein ich komme von überall ich hab eine zunge ja ich hab sie geklärt ok jetzt hat mir die kettensäge auf die kettensäge die pfanne unter vergewaltigung eine armenge abstand da kommt wieder so ein spucker gesehen würde man bitte ablassen ich habe ja ich habe hier auch ein paar freunde auch prima wir sehen unterwegs platz da meine fresse Ich bin unterwegs, aber es ist uns schon schwierig. Hunter, 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 Hunter. Ich sterbe immer noch. Ja, ihr sterbt alle. Warum sterbt ihr alle? Hey, Jockey, das ist ganz schlecht. Ich bin gestorben, weil du zu langsam warst, weil ich die Kettensäger nutzen musste. Ich habe die Kettensäger nicht benutzt. Ich werde jetzt von dem Jockey gerade was erklärt. Wir sind tot. In solchen Sachen grundsätzlich Nahkampfwaffen nehmen, weil die eindeutig besser sind. Ja, aber nicht, wenn du auf fünf Kilometer Erfüllung bist. Ich habe gerade tatsächlich, um dich zu befreien, habe ich halt drauf geschossen, dass es blöde war. Ich wurde die ganze Zeit von irgendwelchen Zombies geprügelt. Ja, deswegen immer die Nahkampfwaffe nehmen. Ja, aber ich war zu weit weg und ich hatte die Zunge am Hals. Das war halt die Problematik. Und ich wollte dazu durchrennen, aber das Problem war halt, dass die Leute nicht so begeistert von der Idee waren, mich durchzulassen. So, einmal Sprotflinte. Was? Ab geht's! Also wir machen das nur, damit die Folgen mal ein bisschen länger sind als zehn Minuten. Natürlich, natürlich. Warte mal ganz kurz. Damit man irgendwie viermal Werbung reinklatschen kann. Boah, viermal Werbung ist ja krass. Das gibt wirklich, die machen sowas. Extra auf zehn Minuten hoch dritten. Ey, du da oben! Kommst du ab jetzt hier runter? Dann halt nicht. Cross, was machst du da hinten? Achso, auf seinen Tod war's. Ja, komm mal her, Bruder. Ich glaub ja nicht. Cross! Auf! Cross! 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 Hallo! Cross! Hey, Cross! Hallo! Cross! Cross! Oh, wenn ich nicht jetzt helfe. Okay, ich kann. Cross! Cross! Hey, geh weg! Lass mich in Ruhe! So, ich war gerade ein familiärer Notfall. Alles klar, kann weitergehen. Bratpfanne! Ach so! Schauter hinter hier! Hey! 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 Ich weiß! Ich weiß! Weißt du, der klappt mir die Axt, der klappt mir die Molotard, die Rohrbombe. So, Boomer ist down. Hey! Die klappt mir jetzt auch noch die Kacke. Boah, ich hab's euch die Spiele wieder lange. Cross, werden alle Sachen geklaut. Haben wir in Ruhe, ihr steckt alle nach Kacke. Hey! Hey! Ich nehm mal ganz kurz unser Gasbordel, damit die könnten vielleicht gleich noch brauchen. Willem! Hör, Anta! Ich schütt dir richtig. Ich schütt dir richtig. Lass mich Gasbordel mitnehmen. Lass mich Gasbordel mitnehmen. Ich liebe diese Pfanne. Habe ich das eigentlich schon mal wehen? Was der? Alter! Lass den Scheiß! Lade nacken! Lade nacken! Ja? Es wird nichts gesprengt, wenn wir in der Nähe sind. Das hat euch ja fast nicht getroffen. Es ist noch ne Pfanne! Er hat's noch ne Pfanne! Nächster hier! Ich glaube, ein Ackenpunks. hier ist noch eine pfanne hier ist noch eine pistole und hier ist noch ein defi wir sollten uns zur fähre durchgehen wir sollten uns vielleicht zur fähre begeben hier im haus und wir könnten gebrauchen hier bei mir die sache ist wir haben alle unter medica dabei also sollten die vielleicht da einfach so lassen du ich habe das ding schon aufgemacht ach so dann können wir sie ganz gut mal können ja ich habe da an die ecke mal so ein paar sachen gelegt und wenn sie kann ist da und gas kanister oder so ein besieger hinter dem tresen charter wo liegen die teile ich probiere jetzt erst einmal hier im haus bevor ihr dann gleich hier anfängt wo ist eigentlich die kettensäge ich weiß nicht die ist wahrscheinlich nicht mehr da aber hier oben sind auch noch mal brandgeschosse wenn man daher noch mal sollten ich glaube die kettensäge wäre keine schlechte sache aber eine ja und fange und dieser boomer konnte ja boomer kurz das glaube ich hatte ein bisschen die rohrbombe als die boomer kotze so hier dieses gas teil ja ja und kossi und hier und zonig direkt feuer so kann ich die fähre rufen oder sekunder versammeln das letzte mal stand wegen wir haben das machen zwei seiten das ist kein schade das ist ein tank das ist besser viel viel besser und er kommt von hinten hey bruder komm mal her dass oben im haus drin ja da oben ist hat keiner in ordnung okay schmeißt hat eine steile gegen die wand die dinge wasser und für den offenen findet ihr welche aber nicht oft ich habe das nicht auf den kanister ich habe eigentlich glaubte ich rufe die fähre an ja okay ich komme zu dieser seite hier versuchen wir einfach irgendwie mit dem rücken zum wasser zu stehen ein bisschen ja super da hast du gar kein außergewöhnter weg und dahinter direkt im splitter schaut euch meine schöne panne an ja lass mich sterben ich dachte ich bin das jetzt auch nicht schon wieder was ist das für ein hund hier ist kein hund nein bei mir oder bei den füßen das ist dir ein hund es kennt den hunden ist mit bei uns sitzt irgendein hund in der wohnung ja ich werde mal ganz kurz also ihr habt ihr habt schon geworfen bernhof heil dich mal nein ich bin da wer hat jetzt bernhof angezündet warum tut ihr da was nicht bernhof sollte sich verraten während ich dich ein bisschen weg und gebe auch nein zunge 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 auf die fähre fähre ist da alles klar fähre 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 bernhof ja ich bin da fähre 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 also komm hier fangt wir nehmen keine Anhalte mit was ist das für ein hund bernhof verbirgt dich mal ein bisschen ich glaube wir müssen gleich ein bisschen weiter machen smoker nix da dieser hässliche so wie wir schießen uns gegenseitig so wir machen musik bradpannmusik und extra ja gleich immer da gleich immer da gleich immer da und gesunken wieso will ich das guten tag her schauen sie sich mal meine schöne bradpfanne meine schöne bradpfanne ich habe schon wieder so ein hallo bei auf mir ja du musst ja mein hier bleib auf den taten bauen tschüss okay wir sollen auf den planken bleiben will das spiel und sagen äh ja das sollte junge hör mit dem scheiß oder ne ja was für ja meine brauche ich schau dir meine brauche ich schau dir meine brauche ich schau dir ich muss gucken was mit diesem hund hier ist sehr gerne alter da und einfach zu tschuldigung gott du musst jetzt irgendwie auf die holzbretter drauf kommen holten ja wir sind damit okay mit der mitsch wollen wir eigentlich gar nichts zu tun haben glaube ich die dachs wurde von hinten heute von hinten nicht zu den steg an aber ich sie schauen sie sich meine bradpfanne an kann kannst du aufhören mit oh oh okay hier da kommt dann bleibt er hat cross ganz toll lieb ja danach sah es aus ein hoch auf unsere bradpfannen was was ist los ist gerade warum 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 ist ein hund bei dir unter ist das also oh oh molly hey sie haben keine daseinsberechtigung also gehen sie wieder weg eine armlänge abstand hallo weisen ja ich ja ich ja ich ja ich ja ich ich habe es schon gesehen ja ja ich bin doch guten plan schauen sie sich meine bravverlangen meine bravverlangen auch elektro schocker ist eine gute sache nicht mal mitnehmen jede menge doch nicht doch wirken geben kommen unterwegs ich weiß molly rein was ich habe dieses gefühl bei der sache ist geringfügig was das ist im wasser zu laufen hier wir müssen glaube ich nicht hier lang oder hier geht gut sie schauen sie sich mal drauf an ok hier sind der bretter folgen wir den nach dem zustand gerade ich habe hier wer welche braucht ich eher glaube ich komme mit der anfang aber kostbar auch gleich welche also nämlich der verschwunden die ganze kostet es wird auch einfach heilt die hat nicht so viel stil die oder das schloss hat der heißen dürfte keine kentensäge mehr geben warum ich habe ich habe mich getroffen aber ihr kennt doch immer rhein wie so lenninger schauen sie sich meine bradpfanne hier kommen sie mal schön bradpfanne hey sie da am baum bradpfanne guck mal im graben ist es sicher ich bin unterwegs aber die hauen nicht gerade nicht hauen durch ich glaube so schnell ich kann also nicht gut los bewegt dann aus das hat geklappt die folge tja lief kurz als tank schlechter hier was wenn wir wollen die statistiken noch so sagen meistens mit nachkampfwaffe bärmo mit 90 unser bradpfannen liebhaber das hat mich geärgert dass es die im ersten teil nicht gibt ja im ersten gab es keine nachkampfwaffen so dann verbinden wir uns noch gerade und bereiten uns auf die nächste folge vor so verbinden tue ich mich nicht einmal das einmal der schnaipern nachladen so also ich bin ready alles klar dann liebe gemeinde war das diese folge von left for dead wir sind es der nächsten wenn wir weiter durch den sumpf warten dürfen dann vielleicht auch mit einer antwort auf das mysterium des hundes unter lufs schreibtisch wir sehen uns dann bis zum nächsten mal cheerio ciao